Mein Name ist Jan Beckmann. Ich bin Schauspieler, Vater, Sohn, Freund und Ex-Freund. Irgendwie wird mir erst jetzt klar, was man alles so falsch machen kann in den ganzen Haupt- und Nebenrollen des Lebens. Manchmal möchte ich die Zeit anhalten. Geht aber nicht. Ja, und wer so viele Rollen spielt wie ich, der vergisst nicht nur irgendwann seinen Text, sondern auch sich selbst. Eigentlich läuft ja alles gut. Irgendwie aber auch nicht. Irgendwie ist alles anders. Ich komme, Schwarz. Wie im richtigen Film eben. Wie im Chat. Ich komme, Schwarz. Ich komme, Schwarz. Untertitelung des ZDF, 2020